Ob marode Brücken, beröckelnde Schulgebäude oder viel zu alte Kanalsysteme, Deutschland hat ein Infrastrukturproblem. Das merken Sie, wenn Sie jeden Morgen zur Arbeit fahren oder zur Arbeit gehen, mit dem Fahrrad unterwegs sind. Die Straßen sind alle kaputt und man müsste wieder ordentlich Geld in die Hand nehmen. Aber viele Kassen sind leer, es gibt die Schuldenbremse, man kann einfach keine neuen Kredite aufnehmen. Da sagt jetzt eine Expertenkommission mit Experten aus Gewerkschaften, Verbänden und Wissenschaftlern, die heute ihren Bericht im Arbeitsministerium in Berlin vorlegen werden. Man müsste viel stärker auf private Investoren setzen. Das hier soll bald nicht nur ein Straßenbau, sondern auch ein Anlageprojekt sein. Das schlägt eine Expertenrunde heute dem Wirtschaftsministerium in einer Studie vor. Danach sollen private Geldgeber wie Banken, Lebensversicherer oder normale Bürger öffentliche Baumaßnahmen mitfinanzieren und Gewinne machen. Das Ziel, mehr Geld für die marode Infrastruktur. Gerade Kommunen, die finanzielle Risiken scheuen, soll so geholfen werden. Wie können Kommunen die Infrastruktur, die sie bereitstellen wollen, so günstig wie möglich und so effizient wie möglich bereitstellen? Und da ist häufig die Antwort drauf, in manchen Fällen kann der Bau sehr viel effizienter durch die private Hand getätigt werden. Um an die privaten Gelder zu kommen, müssten Investoren aber mit höheren Zinsen gelockt werden. 1,5 bis 2 Prozent sind im Gespräch. Nicht viel, aber deutlich mehr als derzeit bei Banken zu bekommen ist. Der Finanzminister ist für ein solches Modell. Schäuble will keine neuen Schulden machen. Da kommt privates Geld gerade recht. Kritiker aber warnen, letztlich müssten die Steuerzahler die Gewinne einiger weniger Investoren zahlen. Vorsicht, einer zahlt am Ende immer die Rechnung. Und was nicht sein kann, ist, dass sich jetzt der Staat bei Privaten sozusagen verschuldet, die hohe Renditen dafür erwarten, während gleichzeitig sich der Finanzminister selber günstig Geld leihen könnte. Immerhin, private Gelder in öffentlichen Projekten wären ziemlich sicher angelegt. Steigt aber die Inflation, könnten die Gewinne schnell unter die Räder kommen. Denn egal, ob das Programm nun kommt oder nicht, die Zeiten für Sparer bleiben schwierig.